Sodele, weiter geht's. Wir sind hier in der absoluten Hölle gelandet. Oh, gib mir mal deine Pistole bitte. Ich hab nämlich hier echt ein Problem. Und zwar, dieses Rätsel hier zu lösen ist so hart. Das ist einfach abartig. Man muss halt wirklich auf jede Seite schauen. Alter Schwede und immer nur diese Schrotflinten. Hätte ich doch bloß nur Katanas. 700 Katanas zur Verfügung. Können wir bitte einfach die Waffe wegwerfen? Und kann ich bitte diese hier nehmen? Danke. Oh. Ich möchte einfach nur mal durchkommen. Einfach... Oh, 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 oh. Oh, da kam schon wieder die Zocker rüber angeflogen. Wow. Da bin ich aber gerade noch. Und ist jetzt was hinter mir? Nein, ist das nicht so... Katana! Oh, 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 oh. Ah, ich will eigentlich nur, dass... Wo ist dann der Kern? Dahin? Oh. Ich will eigentlich nur, dass es weitergeht. Wisst ihr, was ich meine? Ich will gar nicht mehr kämpfen. Die können mich alle einfach in Ruhe lassen. Versteht ihr? Das ist... Ich find's einfach gar nicht mehr schön. Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Ja, das ist... Das ist alles... Ist das... Das ist... Ich will das nicht. Ich bin eigentlich so friedvoll. Ach nein, wo kommt der denn jetzt her? Das ist doch scheiße. So, hier, für dich einen Schraubenzieher. Habe ich extra für dich im Sonderverkauf. Ja. So, gib mal deine Knarre her. Den müssen wir jetzt erstmal erledigen. So, jetzt freut der sich, dass der weg ist. Oh, und der da gibt mir bestimmt als nächstes ein Geschenk. Wow. Das sind immer so Momente, wenn die Kugeln dann so wirklich in die Richtung fliegen. Ich möchte eigentlich einfach nur in irgendeiner Ecke stehen. Und friedlich in dieser Ecke. Die Waffe würde ich jetzt gerne fangen, die der da hatte. Wobei, oh, 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 oh. Hallo. Nein, nein, lass mich doch einfach in Ruhe. Ah! Ich möchte... Hat der jetzt noch abgeschossen? Er wollte gerade schießen, ne? Arschloch. Wirklich so ein gemeiner Fiesling. Die wollen mich immer... Die wollen mir immer alle ins Leder. Gebt mir doch mal gerade das Katana. Hat der da geschossen? Oh, ich will mich doch einfach nur ducken. Und da hinten ist schon wieder einer. Ach, ich werde echt nicht mehr. Warte mal. Gucken wir mal, die Kugel kommt angeflogen. Wollen wir die einfach mal zerhauen? Komm, die zerhauen wir jetzt. Wuhu. Ach komm, also ich habe die Kugel als Ding gehabt. Ach, das ist doch scheiße. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Jetzt schnibbeln wir den durch. Von hinten fliegen uns schon wieder die Kugeln um die Ohren. Den durchlöchern wir. Fangen die Pistole. Erschießen diesen Typen hier, der jetzt hier... Ah, komm. Oh nein, oh nein, oh nein. Der liegt... Ah, der liegt jetzt gleich wieder mit der Schrotflinte los, ne? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Im wahrsten Sinne, das... Oh, den da hinten habe ich erledigt. Das war auch nicht schlecht. Können wir noch einen Schritt nach vorne gehen, die Schrotflinte nehmen, bitte? So, jetzt... So, jetzt... Ach nein, schau wieder. Jetzt bitte, komm. Nein, wo kam denn diese Kugel her? So, ich glaube es ja wirklich nicht, ne? Ich glaube es ja nicht. So, jetzt erledigen wir den. Der ist jetzt... Wir bleiben jetzt einfach mal stehen und gucken, was passiert. Und stellen uns da so ein bisschen in die Mitte. Theoretisch gesehen müssten wir jetzt... Oh, es ist ja klar. So. Jetzt erledigen wir den. Dann gehen wir hier unter die... Oh nein, der Schuss ist daneben gegangen. Verdammt. Eigentlich. Oh, der Katana, der Katana-Dude. Nein. Oh nein. Oh nein. Ich werde noch verrückt. Ich werde wirklich noch verrückt. Vor allem... Oh, oh, oh. Ja, okay, den haben wir getroffen. Oh nee, jetzt kommt von da noch was. Und der Typ von da. Ich werde wirklich noch wahnsinnig. Okay, den haben wir jetzt zumindestens... Ach du Scheiße. Was ist mit dem? Können wir das hier bitte gerade nehmen? Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Du aber willst das. Okay, jetzt dürfte der hier wieder ein bisschen vorgelaufen sein. Ach du Scheiße. Das werfen wir jetzt, dass das einfach kaputt geht. Nehmen das. Werfen. Oh nein, natürlich werfe ich es daneben. Ich glaube, ich glaube es nicht. Hinter mir ist auch wieder einer. Wie viele kommen denn da? Das gibt es doch gar nicht, ey. Das ist doch gar nicht. Warum haben die den jetzt eigentlich gerade hier geschossen? Ich brauche eigentlich nur das Katana. Und dann... Zumindest haben wir jetzt den durch. Komm, bitte jetzt. Von wo kommt jetzt schon wieder einer? Von überall kommen sie immer. Ich soll mich doch einfach nur in Ruhe lassen. Nein. Nein. Ich muss einfach ein bisschen abwarten gerade. Bitte. Schon wieder hinter mir. Es ist wieder so... Es ist so wieder sonnenklar, ne? Und da hinten kommt ja noch einer. Alter, wo kam denn schon wieder der Schrotflittenpeter hierher? Das gibt es doch gar nicht. Da kommt ja schon wieder einer. Sag mal, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch alles nicht mehr feierlich. Das ist doch wirklich alles nicht mehr feierlich. Kann das jetzt... Einfach mal aufhören, bitte. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nur noch in den Kier. Okay. Hans-Peter hier. Okay, jetzt... Jetzt ist doch mal langsamer gut, oder? Schon wieder hinter mir einer. Bitte lasst diese Kugel nicht erwischen! Ah! So, bitte! Lass diesen Kot nicht noch eine Nummer härter als das, bitte. 30, 40, 5, 60, 70, 80, 90. Ah! Halleluja! Und jetzt? Was ist denn jetzt los? Wow! He, 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 he! Leute! Ich bin jetzt der Kern und ihr könnt nichts mehr tun! Was das eigentlich für ein krasser Kern ist, ne? Ich wollte ihr echt nichts sagen, aber das ist... Es ist aber auch ein lieber Kern. Also, ich will jetzt auch nichts sagen. Es ist auch ein lieber Kern. Er mag jetzt vielleicht etwas aggressiv wirken auf den ersten Moment. Aber... Eigentlich ist er ein ganz netter Typ. Was? Ich bin immer noch schwach? Bitte? Oh! Was ist denn jetzt los? Ach, schon wieder diese komische Grafik. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Immer macht ihr mir alles hier mit dieser Grafik kaputt. So, und jetzt? Das ist jetzt meine neue Zelle, oder was? Für die Ewigkeit in dieser Zelle. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Something is holding you back. Ja. Ich weiß auch nicht, was es ist. Vielleicht diese seltsame Zelle hier. Das könnte durchaus sein. Ja, und wie mache ich das? Nehme ich das Spiel beende, oder? Oder, 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 oder wie? Wuhu! Wir gehen auf das Licht zu. Das Licht ist wunderschön. Okay. Das ist aber interessant. Okay, my body is holding me back. Natürlich, natürlich, natürlich. Das tut er. So, und jetzt? Ah, wir laden uns wieder irgendwo ein. Okay. Da müssen wir uns jetzt... Moment, das ist doch der Raum mit uns selbst, oder? War das nicht... Okay, wir müssen uns jetzt nicht nur schlagen, sondern uns selber umbringen, oder was? Wie hart das eigentlich ist, ne? Wenn man sich das mal so überlegt, ja? Wenn man sich das jetzt einfach mal so überlegt, wie diese Situation gerade ist, und du musst dir dann selber in den Kopf schießen. Hammer! Endless Mode? Da oben ist der Guru! Die Guru Meditation vom Amiga! Ja, geil! Die Guru Meditation! Hand over Control! Geil! Okay, da geben wir die Kontrolle ab. Und jetzt? Okay. Na gut, ich würde sagen, witziges Spiel, geile Ideen. Äh, die Story ist schon ein bisschen... Ja, irgendwie... Ich hätte noch mehr... Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr erfahren darüber. Aber ziemlich geiles Spiel. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es war teilweise etwas, ähm, langwierig, sag ich mal. Aber ich hatte damit eine Menge Spaß. Äh, ich kann es auch jedem empfehlen. Es ist, äh, zuzuschauen interessant, selber zu spielen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Äh, in dem Sinn, sehen wir uns im höchsten Spiel, wann auch immer das sein wird. Und, äh, bis dann. Tschüss und ciao! Und, äh, bis dann. 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 Und, äh, bis dann.